Kommt im Jahr 2022 eine kräftige Rentenerhöhung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Fokus Online berichtete am Samstag, den 31. Oktober 2020. Gute Nachrichten für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Im Jahr 2022 wird es laut Aussagen des Direktors der Deutschen Rentenversicherung Bund, Stefan Fassauer, ein deutliches Plus in der gesetzlichen Rente geben. Nachdem es im Jahr 2021 wahrscheinlich eine Nullrunde geben wird, die höchstwahrscheinlich, ich sag's mal, nur den Westen treffen würde. Der Optimismus für die Rentenerhöhung 2022 ergibt sich aus den Zahlen der Herbstschätzung der Deutschen Rentenversicherung Bund für das Jahr 2020. Diese Herbstschätzung prognostiziert unter anderem auch die Rentenwertsteigerung für die nächsten Jahre. Die Herbstschätzung 2020 liegt mir aktuell nicht vor, da noch nicht veröffentlicht, müssen wir also abwarten. Was mir aber vorliegt, sind die Herbstschätzungen des Jahres 2019. Und da sollte es nach den Prognosen der Deutschen Rentenversicherung für das Jahr 2021 in den alten Bundesländern zu einer Rentenerhöhung um ca. 2,41% kommen. Und zwar auf den Rentenwert von 34,18 Euro. Wir hatten ja zum 1.07.2020 eine Rentenerhöhung in den alten Bundesländern um 3,45% auf den aktuellen Rentenwert von 34,19 Euro. Also 1 Cent mehr als das, was schon für das Jahr 2021 durch die DAV Bund prognostiziert worden ist. Sie sehen also, die Zahlen sind alle sehr, sehr ungenau. Deshalb heißt es ja auch Prognose Schätzung. Ob es wirklich im Jahr 2021 eine Nullrunde im Westen gibt, das wissen wir gar nicht. Das weiß auch die Deutsche Rentenversicherung noch nicht, weil es nämlich noch gar keine verlässlichen Zahlen gibt, die die Lohnentwicklung für das Jahr 2020 ausweisen. Also zumindestens mir nicht bekannt. Ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Wochen Informationen und Zahlen geben wird. Sollte es im Jahr 2020 wirklich zu einer deutlichen Rentensteigerung kommen, dann liegt das auch daran, dass der sogenannte Nachholfaktor, der in der Rentenwertformel eine Rolle spielt, seit dem Jahr 2018, so glaube ich, ausgesetzt ist. Und dieser Nachholfaktor wirkt bei Rentenwertsteigerungen immer dämpfend. Das heißt also derzeit, wenn es zu einer Rentenerhöhung im Jahr 2022 kommen sollte, würde sich diese sogenannte Aussetzung des Nachholfaktors positiv auf die Rentenerhöhung oder Rentenwertsteigerung auswirken. Ich bin grundsätzlich optimistisch und ich hoffe für alle Rentnerinnen und Rentner im gesamten Bundesgebiet, dass es auch im Jahr 2021 eine Rentenerhöhung geben wird. Das wäre auch ein positives Signal für das gesamte Bundesgebiet. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.